Der Mund Sicher mit großer Furcht und lass nichts wichtiger sein, als dass dein Heiland Jesus Christus ist. Sicherheit bringt nicht ein netter Zirn, die Maske, die Gremasse schneidet, lass die Überschrift des Tages jeden Tag. Die eine seien Triumph und Sieg, gilt nie der Tat. Sie muss in Geist und Wahrheit sein. Mach sicher mit großer Furcht und lass nichts wichtiger sein, als dass dein Heiland Jesus Christus ist. Mein Werk wird nie ein Werk, wenn es nicht die Sache Christi ist. Ob ich 60 oder 70 werd, ist nicht was wichtig ist, sondern der, der dahinter steckt und dich erweckt und bis heute dir das Leben geschenkt. Der Mensch denkt und Gott lenkt darum. Mach sicher mit großer Furcht und lass nichts wichtiger sein, als dass dein Heiland... Mach sicher mit großer Furcht und lass nichts wichtiger sein, als dass dein Heiland... Jesus Christus ist... Jesus Christus ist... Mach sicher mit großer Furcht und lass nichts wichtiger sein, als dass dein Heiland... Jesus Christus ist... 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 Jesus Christus ist...